Wieso kann ein 100er Stellrahmen nicht unter 25 Kilogramm wiegen? Unsere Innovation Lightweight, Blitz Lightweight, denn leichter ist leichter. Der Euroblitz Stellrahmen Lightweight 1,09 Meter ist so stark wie der Euroblitz 100, aber spürbar leichter und kompatibel mit allen Blitzbauteilen. Der Euroblitz Stellrahmen LW100, gefertigt aus einem höherfesten Stahl, ist er 3 Kilogramm leichter. Er besitzt die gleiche Tragfähigkeit und ist fast so leicht wie der 70er Stahlstellrahmen. Der Euroblitz Durchgangsrahmen Lightweight 1,50 Meter breit, aus höherfestem Stahl und mehr als 4 Kilogramm leichter. Gleiche Tragfähigkeit und vollkompatibel mit dem Blitz 70 und dem Blitz 100. Blitz Lightweight, denn leichter ist leichter. Eine Investition, die sich lohnt. Höhere Montageleistung, geringeres Transportgewicht, gleiche Tragfähigkeit, weniger Gewicht für mehr Leistung. Der 100er Euroblitz Stellrahmen LW. 21,5 Kilogramm leicht.